Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderbaren neuen Let's Play. Es ist lange her, seit dem letzten, das hat ja lange gedacht, zwei Parts, aber heute wieder Allianz, weil Allianz habe ich noch nie so richtig gequestet und ich werde jetzt im Let's Play ein bisschen questen und deswegen habe ich jetzt mir das einzige Verbind im Volk, das ich frei habe hier an Mechagnome. Ich habe nicht geabdatet, egal. Der Schrottbuben ist ein Mechagnome und Hunter mit mechanisch, warum der immer mechanisch heißt. Ich habe auch schon das Talent hier Tierbegleiter, das heißt wir wissen dann gleich noch eins irgendwie, Sam gibt es hier Wildtier, kann ich hier raus? Das wäre das Shit. Ich merke gerade was hier, das kommt auch noch hin. Und hier gibt es wahrscheinlich keine, ich habe keine Ahnung. Ne, hier gibt es keine Zeugs. Gibt es nicht ein Move Up im Movement Speed Dingels? Das ist mit 22. Okay, sehr gut. So, jetzt Let's Play. Also Mechagnome. Irgendwie ist das Sam? Ja gut, es gibt keine Musik. Ah, ich hab's voll kurz ausgemacht. Jetzt ist es laut für mich. Hm. Und ein bisschen leiser, also ein bisschen einstellen, ne? Gut. Gelb in Mechadrill. Für die Allianz. Schon mal... Man will, also Hochschifter und Anführer. Der Gnome, so wie der Mechagnome, bin ich stolz, euch in der Allianz willkommen zu heißen. Jenseits der Mahn von Mechagon erwartet euch eine Welt voller Abenteuer. Wenn ihr bereit seid, betretet den Teleporter. Botschafter Morgoth erwartet eure Ankunft in der Botschaft von Sturmwind. Es werden euch viele deckbare Wege der Weiterentwicklung offen stehen. Tretet einen klugen Ball, verbessert euch und denkt daran, eure Daten zu teilen. Ach, stimmt. Hehehe, muss so wieder machen. Hm. Ähm. Okay. Ich habe übrigens so, so zum Set, hier, Herbstücke habe ich eigentlich alle an, außer Waffe. Da habe ich keinen Bock, außer was ich habe, ne? In zu faul, irgendwie so Ringe und so shit zu farmen. Die Waffe behalte ich die Standard, weil die eigentlich besser ist als die... Herbstück-Waffe, die ist ja... Nur für T-Mog kann man das bisschen länger behalten. Aber sonst... Ich spiele lieber mit einer guten Waffe. Hehehe, you know. Und... Es gibt ja auch keinen Erfahrungsboosten zu. So. Dann geht es los. Und... Das erste Mal... Ist das schon mal schon her. Seit der letzten Aufnahme... Der letzten YouTube-Video... Einige Dinge passiert. Und... Ja, könnt ihr übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Sonst kann ich dann ein bisschen... Mitige Themen haben und so. Am Anfang... Ich werde jetzt wahrscheinlich zwei, drei Parts aufnehmen. Die Ladescreen ist wieder on point. Gut. Hehehe, da hab ich richtig Zeit ein bisschen zu labern. Mh... Ähm... Am Anfang wird ja ein bisschen... Eben was passiert. Die sind so shit. Und epische Musik hier in Sturmwind wieder machen. Aber... Ansonsten... Äh... Das... Das lädt gerade mega gut. Ich muss vor der Tür. Mh... Ich hab gerade viel zu viel, äh... Thema angefangen. Das ist gerade ein bisschen... Ähm... Ähm... Es ist... Es ist gerade wieder ein bisschen ungewohnt. Ich hab ab und zu mal auf Twitch gestreamt, ne? Wird dann am Ende auch eingeblendet, I guess. Und sonst... Die Videobeschreibung und so ist immer drin. Ähm... Auch auf Twitter. Folgt mir auf Twitter. Ähm... Für die... Ah, da seid ihr ja, Schrott-Boom. Wir hab... Haben euch... Betracht... Äh... Erwartet. Okay. Willkommen in einem fremden Land. Willkommen im Sturmwind Jäger. König Anwin Wrenn lädt euch ein, unsere prächtige Stadt zu erkunden. Ihr seht wie jemand aus, der, äh... Gefallen am... Nachtleben hat... Okay... Wir haben viele beliebte Ferien und eine lebendige Musikszene. Ach, das kann aber warten. Sucht den Heldenaufruf in der Stadt, um herauszufinden, wo es Abenteuer zu bestehen gilt. Dann sprecht mit eurem Abgesandten. Ich wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt, Trott-Boom. Oh! Und ein freundlicher Ratschlag. Es wäre das Beste, Leute nicht ohne ihre Zustimmung aufzuwerten. Einige passen das gar nicht. Was? Was sind das für komische Leute ohne Aufwertung? Ähm... Hund. Aber stimmt, da kann man Hund streicheln. Jo... Ja. Nicht strange aus. Der Hund ist groß groß wie ich... Ich habe schon wieder komplett den Faden verloren. Ich kann das schon aufmachen, ne? Jo... Schöne Allianz-Mount. Hm... Also... Fangen wir mal an mit... Ich weiß nicht, kann ich das... Es geht ja gleich wieder weiter. Okay, fangen wir dann auch an, wann wir was ausgesucht haben und dahin reiten und so. Was wollen wir denn machen? Wo habe ich den meisten Bock? Ich war auf Allianz-Seite noch nie. Ich bin Allianz-Noob, ne? Das ist alles so ein bisschen neue Allianz-Questline und so. Boah... Danke, Krall Birger, habe ich keinen Bock da hinzukommen. Nicht Dämmerwald, die so am nächsten... Ähm... Mach mal, Dämmerwald. Dunkelhain ist... Ist in ewiger Nacht gehört. Menschen fressende Wölfe und wilde Wogen drohen die Bewohner. Sie brauchen Unterstützung und die Obdrohung, uns den Schatten zu überleben. Ich werde Nachtwache. Älter Ruf, Dämmerwald. Auf Anweisung seiner Königin Hoheit Königin... König? Ja, Königin vielleicht auch, man meint es nicht. Äh... Äh... Nach Süden. Um nach Dunkelhain im Dämmerwald zu gelangen. Für Ruhm und Ehre der Allianz. Jo. So, hier ist dann... Lulana noch kurz. Fremder im... Fremder in einem fremden Land. Ihr werdet ein ausgezeichneter Repräsentant für das Wesen der Mechognome sein. Um immer schön glänzend da draußen. Ich bin rostig, ne? Die Welt ist deutlich größer geworden. Hoffentlich genießt ihr es. Sieht sein Deckenschrott. Boom. Klaro! Du... Lulana. Unkelmund, ja mag das? Was? Bis Sonntag. Prost. Ähm... Okay, wo muss ich jetzt... Zuerst mal, wo muss ich hin? Hier. Da hin. Kann ich da direkt hin fliehen? Ich bin im Zwergen des Drittes, was ich hier... Rentierungen, Sturmwind. Also nicht so meins. Also. Gut gesagt, ich hatte... Kein Bock auf den Aufwand. Äh... Um aufzunehmen. Deswegen kam halt jetzt... Sieben Monate, acht Monate... Also glaube ich, dieses Jahr kam noch kein einziges Video. Ich muss noch nicht hier lang. Und das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Ich weiß noch nicht, wie regelmäßig... Rechnet nicht... Mit... Immer jeden Tag. Jetzt am Anfang. Wird jeden Tag ein Video kommen. Das ist eigentlich so. Ich würde jetzt... Aufnehmen. Hier, ich habe jetzt das... Diesen... Jäger hier. Und... Schauen wir mal, wie lang... Ich das durch... Bei mir ist halt wirklich Motivation so das Problem. Wenn man merkt... Vielleicht... Ja gut. Ich mache jetzt... Ich habe zwei Jahre lang Videos gemacht. Keine Schau hat es gesehen. Vielleicht zwei, drei. Pro Video. Oh... Das ist halt schon ziemlich... Krass deprimierend. Ne? Ja, hier ist der Greifenmeister. Kann ich da hinfliegen? Nice. Kann ich jetzt in Ruhe... Hier... Der Felsaus machen. Wir können hier ein bisschen sehen, wie wir fliegen. Oh... Das war halt so deprimierend. Und... Und... Gut, auch zeitlich, weil... Raiden und so kam dann noch dazu. Das heißt, da war jeder... Also... War halt... Zwei Tage weg auch noch zum Aufnehmen. Und ich hatte da ja... Zwei Videos pro Tag gemacht. Und... Ich weiß nicht... Wenn ihr nicht so kennt... War bei YouTube... So Video aufnehmen. Da haben wir 20 Minuten Parts. Schneiden muss man den Scheißen. Aber man ist nicht... Auch wenn ich nicht viel schneide. Äh... Thumbnail machen. Hochladen. Das frisst fucking viel Zeit. Und... Man nimmt dann meistens auch nicht nur ein Video auf. Sonst... Das sind meistens auch irgendwie zwei, drei. Und... Dann... Ist halt der fucking Tag weg. Oh, da hatte ich auch keine Motivation mehr. Und da wollte ich auch noch bisschen zocken. So... Einfach... Chili, Manili ohne... Ohne labern zu zocken. Das ist halt schon ein bisschen... Ach... Das war halt einfach... Moment... Für... Wie sagt man... Für... Ein Output für... Das, was man bekommen hat. War es einfach nicht wert. Und... Und... Ja... Das war eigentlich so der... Hauptgrund... Boah... Kommt wieder. Keine Angst. Hm... Wem war Volk mit da? Dann seht ihr... Direkt! Ne? Ne? Ich... Ne... Ich muss zuerst zu dir hier. Sonst gibt's... Storytelling, ne? Kein Sinn. Und... Das ist halt so ein bisschen... Ja... Das war halt... Schade. So viel Motivation und so. Aber ich werde es jetzt nochmal versuchen. Offenklich läuft jetzt besser. Dann kriege ich vielleicht Motivation. Dann kamen wieder mehr Videos und dann habe ich mehr Bock und... Die Streams machen auch Bock, wenn man Leute hat, mit der man interagieren kann. Und... Wenn auch die Videos geschaut werden, ne? Das ist halt dann auch... Wenn man so da so... Ja... So schaut kann... Schwein... Ja, dann denke ich mir auch so. Warum soll ich den Shit dann nicht machen? Okay? Ne? Aber jetzt... Rein ins Spiel. Helden aufruft den Wald. Ihr seid die Hilfe, die wir angefordert haben. Alter, ihr seid... Hm... Dann müsst ihr uns wohl genügen. Gut. Wölfe sind uns auf den Fersen. Die Stadtbewohner werden in erster Linie von den Terrorwölfen bedruckt. Sie lauern in den Wäldern um uns herum. Die meisten finden man jedoch am Nordufer des Flusses. Sie sind anders als die heutigen Hunde, die ihr aus Elvin oder so, oder wo auch immer ihr herkommt, gewöhnt seid. Sie sind ganz groß und zweimal so teuflisch. Wenn ihr die Langewohner von Dunkelhain wirklich helfen wollt, dann jagt die Wölfe, damit wir auf unserer Straßen endlich wieder sicher sind. Nice. Temok. Ist übrigens Kette. Ich habe überhaupt kein Temok für Kette. Außer das, was ich vom Shami hatte, was ich denn gemacht habe, gab es noch kein Temok-Hus. Oder noch nicht viel. Ich weiß doch nicht. Ich habe nicht viel Temok-Hus. Ich habe nicht viel Temok-Hus. Das Ding. Und Geld. Jetzt habe ich eh kein. Ich könnte. Das Thema. Moment. Waffen-Mong ist. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Nicht viel. Zwei Seiten. Und dann habe ich eine Seite. Es ist Saison. Point. Wenigstens muss man haben. Es ist aus dem Mecha genommen. Niederwil-Mong. Allein ich kann. Ja, egal. Ein Lippie kann man. Das ist das. Das ist einfach der Shit. Mir ist noch kein Sinn hier. Gut. Kalor. Worgen in den Wäldern. Achso, das bist du. Es scheint, als würde dunkle... Es scheint, als würden dunkle Dinge auch unaufhaltsam im Dämmerwald gezogen. Meister Treubein hat sich der Aufgabe verschrieben, das Böse mit dem Ketzerei zu vertreiben. Dank unserer Anstrengung hebt das Volk von Dunkelhaien in Sicherheit. Ihr glaubt, ihr seid würdig, euch unserer Gruppe anzuschließen? Hm. Ein Satz. 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 Eins dachte ich wie ihr. Die Selbstzufriedenheit der Wache hatte mich meiner Illusion beraubt. Und so schloss ich mich Meister Treubein an. Wenn ihr euch beweisen möchtet, so kann dies nicht durch Worte geschehen. Messt eure Fertigkeiten an den Burgen der Nacht Euler im Schattenhain. Wir werden sehen, ob ihr in der Lage seid, es mit diesem Monster aufzunehmen. Team Wong tönen. Ich ziehe auch hin ihren Freund. Warte, das triggert mich, dass Radio nicht updated habe. Wir werden diese fucking Daten nicht gelesen werden können. So. Äh. Bis dahinten. Ich muss sie vielleicht auf die Map sehen. Erstens. Erstens. Hier Heimatort. Weil ich faul bin. Küchenchef Kuala. Mhm. Hallo, hallo. Willkommen in meine Küche, mein Herr. Hier werden alle die Kassi-Schnellkartessen der Taverne zum roten Raben zubrächt. Ah, riecht das wunderbare Aromen. Okay. Das riechen wir doch schön. Gewürztes Wolfsgebab. Gewürztes Wolfsgebab ist eine Spezialität des Hauses. Natürlich kann ich euch einige machen. Doch zuerst brauche ich die Zutaten. Bringt mir fünf Wolfskron-Fleisch-Steaks. Steaks. Puh. Punkts. Punkte sind schwer. Die Terrorwölfe, naja dann bloß ein Richterstab, lassen sich gut jagen. Aber ich würde an eurer Stelle nicht zu tief in die Wälder vordringen. Ähm. Wie heißt der mich gar nicht? Ich brauche einen Namen für den Begleiter. Leute, brauche einen Namen. Für Pets und Shit. Ne, für... No Pets. Gut. Äh. Schwärzliches Krebsküchlein. Okay. Unterfragt es nicht. Ihr verratet euch ein kleines Geheimnis. Schwärzliches Kre... Krebsküchlein. Oh mein Gott. Werdet in Wirklichkeit aus Spinnefleisch gemacht. Was? Ist ein bisschen eklig. Aber die Küchlein haben einen würzigen Beigeschmack. Und eignen sich gut als Zwischenmahlzeit. Gut. Aber wenn ihr immer noch welche probieren möchtet, muss ich leider gestehen, dass ich kein Fleisch mehr habe. Ich brauche ein paar Fleischklumpen. Dann kann ich die Küchlein backen. Jagd am besten Giftweberspinnen. Die Nisten im Norden zwischen den Vorgebirgen und dem Fluss. Cool. Ähm. Okay. Narima. Wo WoW ist tot übrigens. Ne. Sieht man ja. WoW ist tot meine Freunde. Gut. Wir haben komplett verteilte Quests. Selbstklassiker. Richtig nice. Also. Der Plan ist von unten nach oben. Der Witz ist, übrigens. Das war es leider schon mit dem Part. Das ist ja... Fangen jetzt nicht mehr an. Warte mal kurz. Ja. Lüb. Hier. Ähm. Das wollte ich tun. Hier lecker Screenshotchen. Sack für Thumbnail. Äh. Wir sehen uns morgen wieder. Und. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Hat Spaß. Haben eine gute Nacht. Haben einen guten Tag. Warte mal. Wir sehen uns. Tiddly.